Ein bisschen Luxus auf Rädern, zeigen wir euch heute in unserem Video. Der Bürstner Lyseo TD690 G Harmony Line. Ein wirklich tolles Auto, Luxus auf Rädern ist der richtige Titel dafür und was er auf dem Kasten hat, zeigen wir euch in diesem Video. Ja, Harmony Line, was verspricht der Name Harmony Line? Nein, ihr könnt euch freuen auf ein sehr luxuriöses, schönes, tolles Auto. Also ich bin die paar Meter, die ich gefahren bin bisher und das, was ich gesehen habe, bin jetzt schon begeistert. Wir machen es so, wie ihr es gewohnt seid. Ich stelle euch das Auto außen vor und dann gebe ich ihn da drin in die Kommandozentrale und freut euch drauf. Ist echt ein tolles Auto. Ja, wir fangen mal an hier mit der Frischwasserklappe. Wie gehabt, ja, großer Tank, 120 Liter Frischwasser, 100 Liter Abwasser hat das Fahrzeug. Also da kann man schon mal eine Zeit lang mit stehen bleiben. Auslass für die Heizung, was ich ganz, ganz tricky finde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Van, an den Cliff, den wir euch gezeigt haben. Da haben wir ja den Schlauch dann aus dem Fenster rausgehoben und ihr konntet draußen duschen. Hier nicht bei der Harmony Line. Nämlich Bürsten hat sich was einfallen lassen. Ihr habt eine Außendusche. Ihr könnt einfach die Dusche dran machen. Ich zeige es euch mal. Ich habe es hier hinten in der Garage liegen. Einfaches Klicksystem. Ein bisschen Wasser ist noch drin. So, und Motor drinnen an, beziehungsweise Wasserversorgung an. Und ihr könnt draußen duschen. Vielleicht solltet ihr nur, wenn ihr auf dem Campingplatz steht, hier irgendwie ein Sichtschub dran. Aber ihr macht das schon. Also, tolle Geschichte. Eine Außendusche hat man auch nicht so häufig so präsent. Genau, was haben wir hier? Einmal Gas. Zweimal 11 Kilo Gasflaschen. Und dann, ja, wie gehabt, Wohnmobil, Gas, Kochen, gehört eben alles irgendwie zusammen. Und, ja, hier, damit wir nicht nur autark stehen müssen, sondern uns dann am Wohnmobil-Stellplatz auch verkabeln können, haben wir hier unseren Stromanschluss. Dann haben wir hier einmal eine Garage. Guckt mal rein, eine richtig große, tolle Garage. Also, wir waren mit einem ähnlichen Fahrzeug vor zwei Jahren schon mal in Dänemark und hatten da hinten vier Räder drin. Wobei, vier Räder in der Garage, das machst du dann, wenn du vielleicht ein teures Rad dabei hast und nachts nicht so richtig weißt, ob es am nächsten Morgen noch da ist. Für den normalen Gebrauch und für die normalen Räder, die man mitnimmt, hat man hier einen sehr praktischen Fahrradträger für vier Räder. Harmony Line, ihr seht es. Und wenn ich jetzt den Fahrradträger wieder draufgeklappt habe, der Wagen ist übrigens ganz neu, deshalb quietscht der Fahrradträger noch. Da ist kein Dreck zwischen, da ist gar nichts zwischen. Wie beim letzten Mal, wie beim Cliff auch, hat dieses Fahrzeug 0 Kilometer, oder sagen wir mal 10 Kilometer auf dem Tacho. Und es riecht fantastisch neu drin und es ist ein ganz, ganz tolles Auto. Was will ich euch sagen, 2021er Modell, wie man es von HSK Wohnmobile gewohnt ist, die haben immer die neuesten Autos. Und am Ende einer Saison werden die Autos verkauft, das heißt, wer Lust hat, kann dann am Ende einer Saison das Fahrzeug dort auch kaufen. Hat also quasi ein ein Jahre altes Auto oder noch nicht mal ein Jahre altes Auto, das natürlich dann super ausgestattet ist und ein bisschen weniger kostet als im Neuzustand. Ich finde diese Lampen hier so toll, ich finde diesen Schriftzug super. Ich finde die Lampe natürlich genauso toll, ist ja die gleiche. Ich finde es total tricky, dass da oben das Bürstner leuchtet, wenn ihr bremst. Also ich bin zwar nicht hinter mir selber hergefahren, geht ja nicht, aber ich habe es mir sagen lassen vom Kamerateam. Die sind hinter mir hergefahren und haben gesagt, hey, wenn du bremst, leuchtet Bürstner. Ein leuchtendes Bürstner. Ich finde es super. So, Garage haben wir nochmal hier. Lass ich zu, kennt ihr schon. Was auch ganz schön ist für diejenigen, die auf Fernsehen gar nicht verzichten können und die eben das Fernsehprogramm, wo auch immer sie sind, auch draußen nutzen wollen. Es gibt hier eine Möglichkeit, Stromversorgung ist auch da, die Antenne, die Sat-Antenne, die wir oben drauf haben, die mit außen zu verkabeln. Das heißt, ihr könnt euch hier einen Fernseher hinstellen, könnt schön an lauen See, Sommernächten, wir haben übrigens hier einen See, seht ihr das? Wir sind hier am Hennesee im Sauerland. Von daher komme ich gerade auf See. Also wenn ihr am See steht oder in den Bergen oder wo auch immer, wollt ein bisschen Fernsehen abends gucken, Fläsche und Wein dabei und so, dann könnt ihr Fernsehen gucken. Ja, was haben wir hier hinter? Natürlich, auch das benötigen wir. Eine große Toilettenkassette. Klappe zu. So, das war das, nein, das war das Auto noch nicht von außen, ich lüge. Wenn ihr mal da hoch guckt, da seht ihr eine wahnsinnig tolle Beleuchtung, nämlich eine Zeltbeleuchtung. Das heißt, wenn ihr draußen steht, habt ihr die Markise draußen oder habt nochmal ein Vorzelt, dann könnt ihr diese Beleuchtung von innen an machen und ihr seht es direkt schon von drinnen, was draußen los ist, beziehungsweise könnt ihr euch durch diese LED-Lämpchen schön bequem machen. Die Markise haben wir mal nur angedeutet ausgefahren. Ihr seht, auch ein tolles Teil, auch wieder schön lackiert, beziehungsweise ist sie eloxiert? Na, na, es ist Kunststoff. Also, es ist eine wunderschöne Markise, die ihr ausfahren könnt, aber nicht bei Sturm, wisst ihr, weil dann kann sie wegfliegen und ihr habt den Schaden. Wir stehen an der Tür, was heißt das? Ich gebe ab nach drinnen ins Fahrzeuginnere und da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt, wo ihr gesehen habt, was das Auto außen so zu bieten hat, nehme ich euch mal mit in den Innenraum. Hier unten haben wir wieder eine ausfahrbare Trittstufe, wie immer super praktisch. Was mir direkt total positiv und total gut auffällt, das hatten wir bei den vorherigen Bürsten, nachdem wir schon mal gefahren sind, auch, ist diese tolle seitliche Fläche. Alle Schalter für die Lichtbedienung und so hier sind alle an einem Ort und ganz viel Stauraum haben wir hier. Das heißt, dieser kleine Vorsprung hier, der ist kein verschwindeter Platz. Hier unten kann man Zeitschriften und andere Dinge deponieren. Hier zum Beispiel könnte man Schlüssel oder auch andere Sachen reinmachen. Auch ganz toll, hier mit so einer Milchglas, einer Plexiglasplatte vor, hat man hier nochmal Platz drin, um weitere Sachen zu verstauen. Also, ein tolles Raumwunder, schon hier vorne im Eingangsbereich. Hier haben wir den Fernseher, ganz, ganz praktisch auch. Hier oben kann man mit so einer kleinen Arretierung den Fernseher lösen. Hier kann man den vom Fahrersitz aus, von allen Sitzen aus gut sehen und man kann ihn schwenken. Das heißt, selbst in der Küche kann man Kochsendung gucken zum Beispiel oder hinten im Bett. Also, sehr, sehr praktisch, tolles System. Falls ihr draußen, wie Papa das gesagt hat, Fernsehen gucken wollt, dann macht ihr ihr das Antenkenkabel einfach ab und packt das hier oben rein. Das heißt, dann könnt ihr den Fernseher einfach mit nach draußen nehmen und dann draußen weiter gucken. Ich fahre das Ganze jetzt mal wieder ein. Sehr schön. Kommen wir hier zum Wohnbereich. Ihr seht es direkt, auch wieder typisch für Bürstner, diese tolle indirekte Beleuchtung. Überall im Bereich, also sehr luxuriös und sehr schön sieht es hier aus. Man kann die auch zentral hier steuern. Was ich auch ganz toll finde, eingestickt, Harmony-Line, dieses wunderschöne Muster, also überall, auch hinten im Bett, überall sind diese Muster drin. Das sieht extrem edel und hochwertig aus. Wieder extrem toll. Stauraum haben wir hier oben auch. Das heißt, ganz normale Staufächer. Hier oben haben wir nochmal ein tolles Ablagefach. Das heißt, viel Platz wieder für Kisten. Das haben wir ja euch mal gezeigt. Kisten kann man hier reinstellen und kommt dann immer schnell an alles dran. Wirklich ganz toll. Und eine Besonderheit von dem Auto hier, wir haben es hier oben mal zugemacht, kann man abends, wenn man dann hier zu Abend ist, kann man die Sterne gucken und könnte sogar das Fenster hier oben noch aufmachen. Also wirklich eine ganz tolle Sache, weil man hier dann einen sehr schönen Ausblick haben kann. So. Und ja, genau. Den Tisch, den kann man zu einem fünften Bett noch umbauen. So, kommen wir hier zum Hubbett. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, 2,05 Meter innenhöhe. Das heißt, auch größere Menschen passen hier super rein. Und es bringt uns ein bisschen Platz, um hier oben das Hubbett zu haben. Da muss man zuerst den Schlüssel drehen, kann das direkt runterlassen. Ich lasse das jetzt mal auf der Höhe hier. Und hat dann hier so eine schicke Aluminiumleiter. Die hängt man hier rein. Vorsicht, nur drauf treten, wenn die natürlich unten ist, damit hier nichts abreißt. Und hat hier oben dann nochmal zwei vollwertige Schlafplätze für Kinder zum Beispiel. Also, das haben wir immer auf unseren Reisen auch so gemacht, dass wir, Julian und ich, oben hier im Hubbett geschlafen haben. Und ist immer super gemütlich, wenn man dann, vor allem, wenn man dann aus diesem Dachfenster rausgucken kann abends. Also, wunderschön. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was die Küche hier zu bieten hat. So, kommen wir zum Herzstück im wahrsten Sinne des Wortes, weil es genau auch zentral im Wohnmobil liegt. Das ist die kleine, aber feine Küche. Was direkt ins Auge fällt, ist die hochwertige Verarbeitung der Küche. Wir haben überall Akzentbeleuchtung, wir haben ausziehbare Schubladen, sodass man auch an den Stauraum nach hinten unheimlich gut drankommt. Und das ist wirklich in jedem Fach hier in dieser Küche so. Hier oben haben wir eine Klappe, wo wir die wichtigen Funktionen der Küche aktivieren können, wenn wir dann unseren Stellplatz gefunden haben. Dann geht es hier weiter. Da hat Bürstner richtig mitgedacht, während wir in dem Camper, den wir vorher gefahren sind, wirklich gar keine Arbeitsfläche hatten, keine separaten Arbeitsfläche hatten und an den Tisch ausweichen mussten. Dann gibt es hier eine Arbeitsplatte, die man einfach eindrehen kann. Und ohne, dass das Spülbecken belegt ist, hat man hier eine wirklich ausreichend große Fläche, um sein Gemüse für ein leckeres Abendessen zu schnibbeln. Wir haben hier einen Drei-Flammen-Gasherd. Drei Flammen, das ist ausreichend, um wirklich sogar üppigere Gerichte zu kochen, wenn man denn Lust im Urlaub dazu hat. Ganz toll ist dieses Panel, würde ich mal sagen, wo man Platz hat für seine Kaffeekapseln. Ist ja auch nicht ganz unwichtig und sie hängen immer gut sortiert an ihrem Platz. Und noch Möglichkeiten, sich hier Gewürze einzuhängen oder vielleicht auch sein Handy, falls man ein Kochrezept nochmal ablesen möchte. Wirklich eine ganz praktische Angelegenheit. Wir haben auch hier oben noch einen tollen Stauraum, Platz für genügend Lebensmittel. Denn hier in dem Wohnmobil ist man ja dann doch mit der Familie bis zu fünf Betten haben wir hier unterwegs und kann natürlich alle einen Stauraum gebrauchen. Und wo wir gerade bei großem Stauraum sind, zeige ich euch mal hier den riesigen Kühlschrank mit 142 Litern und sogar einem 15 Liter Gefrierfach dabei. Das ist wirklich ein Traum, so viel Lebensmittel kühlen zu können, weil dann spart man sich das Einkaufen und hat mehr vom Urlaub. Das ist ganz toll, dass man da nochmal seine Handtücher oder vielmehr Geschirrtücher ablegen kann. So sind sie optisch auch nicht im Weg. Und wie schon gesagt, hier sind weitere ausziehbare Schubladen und natürlich auch eine Besteckschublade. Links neben mir befindet sich die kleine Nasszelle. Ich nehme euch mal mit rein. Alles da auf kleinem Raum, was man braucht. Natürlich die Toilette. Über der Toilette haben wir einen Schrank, der wirklich Platz genug bietet für die Dinge, die man im Badezimmer so haben sollte. Wir haben eine Steckdose, wo wir Föhn, Rasierapparat oder sonstiges anschließen können. Auf der Seite befindet sich das Duschpanel mit einer wirklich hübschen Duschbrause und auch wieder ausreichend Fächern, um Duschgel, Haarshampoo verstauen zu können. Was auch sehr praktisch ist, unter dem Waschbecken befindet sich nochmal ein kleines Fach. Da kann man auch gut nochmal Toilettenpapier stapeln. Und hat alles direkt zur Hand. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir jetzt wieder halb draußen stehen. Aber ihr wisst ja, ich bin die Fächer- und Stauraumbeauftragte in der Familie. Und was in dieser Tür alles zu finden ist, das muss ich euch doch dringend noch zeigen. Und zwar haben wir hier ganz praktische Fächer, wo man auch nochmal Getränke zum Beispiel verstauen kann. Das ist gar nicht unpraktisch, weil wenn man auch draußen sitzt, kann man da mal eben an die Getränke ran. Wir haben hier sogar noch praktische Gummibänder, wo man vielleicht eine Zeitung mal eingerollt einklemmen kann. Oder ihr habt da bestimmt auch noch ganz spezielle Ideen für. Und super praktisch ist dieser Mülleimer in der Tür. Der steht nirgends im Weg, ist sowohl von innen als auch außen gut erreichbar. Und eine ganz praktische Sache, weil er nicht einen Schrank extra belegt. Und was ich an dieser Tür noch besonders praktisch finde, ist, dass man hier nochmal einen Sichtschutz hochziehen kann. Das ist besonders abends praktisch. Aber tagsüber hat man halt das Licht durch das Fenster und man sieht auch direkt, wer vor der Tür steht. Weiter geht's wieder hier hinten. Hier sind zwei Einzelbetten. Aber die lassen sich auch über so eine Erweiterung ziemlich schnell zu einem Doppelbett machen. Einfach das hier hier reinpacken. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, wie man hier reinkommen soll. Und da hat sich Bürstner auch was überlegt. Da gibt es noch eine zweite Leiter. Und die kann man ganz bequem hier vorne reinhaken und kommt dann hier auch super gut wieder rein. Jetzt mache ich das hier oben mal kurz wieder zurück. So. Und nehme hier mal die Kamera. Ich habe es euch ja eben schon angekündigt. Hier gibt es wieder dieses tolle Muster. Das zieht sich ja durch das gesamte Fahrzeug. Hinten gibt es noch mal Stauräume. Das heißt, da könnt ihr dann auch wieder ein paar Sachen direkt griffbereit haben. Hier oben ist wieder die Lichtleiste. Hatten wir bei dem Sunlight, den wir zuletzt vorgestellt haben, ja auch. Hier mit diesem schönen glänzenden Finish. Sieht super edel und super toll aus. Hat dann auch hier noch eine Leseleuchte. Hier oben ist wieder viel Stauraum. Für Kleidung zum Beispiel. Kletter ich hier mal runter. So. Denn hier unten hat sich Bürstner auch was überlegt. Nämlich, falls ihr kein Doppelbett daraus machen wollt, zieht ihr einfach eine dieser Schubladen raus. Ihr habt hier dann eine super bequeme Treppe, um ganz einfach ins Bett zu kommen und auch wieder raus zu kommen. Und hier unten ist auch noch mal jeweils viel Stauraum drin. Da kann man kleinere Sachen noch mal deponieren und kommt da auch immer sehr schnell dran. Hier unten macht man mit einem kleinen Hebelchen, kann man das wieder einfahren und hat dann hier wieder alles ganz platzspanend verstaut. Hier, das ist ein wirkliches Stauraumwunder. Wenn man hier, wenn man das hier aufmacht, hat man hier extrem viel Platz für sämtliche Sachen, die man dabei haben kann. Das heißt, ihr seht, das ist wirklich ein richtiges Familienauto. Hier passt für jeden alles rein. Hier unten haben wir noch ein Fach. Hier seht ihr es wieder, extrem viel Stauraum, super gut genutzt. Hier oben ist noch mal eine Schiene, da kann man Bügel dranhängen. Hat hier noch mal ein Licht, dann kann man sich auch gut orientieren. Hier zeige ich euch noch mal den Vorhang. Den kann man hier einfach aufmachen und hier hinten reinklippen. Und dann seht ihr es, kann man den Schlafbereich hinten super abtrennen. Das heißt, hier kann man sich auch schon mal schlafen legen, wenn die anderen noch vorne sitzen bleiben wollen. Packe ich hier mal wieder schnell zusammen. Geht es total einfach. Zack. Hier unten haben wir noch mal Stauklappen. Direkt hier vor dem Badezimmer, vor der Badezimmertür hat man noch mal Platz für Schuhe zum Beispiel. Da passen bestimmt drei Paar Schuhe bestimmt rein, mindestens. Dann haben wir hier noch so eine Klappe und da passen wieder ein paar Schuhe rein. Das heißt, Schuhe könnt ihr ohne Ende mitnehmen eigentlich hier im Auto. Finde ich super praktisch und würde ich sagen, jetzt geht es ins Cockpit. Ja, was kann man zum Cockpit sagen? Tolles Cockpit, tolles Fahrgefühl. Ist ja doch eine Menge Auto und über drei Tonnen wollen erstmal bewegt werden. Aber ja, das ist tolles Fahren, kann ich dazu nur sagen. Was vielleicht dazu beiträgt, dass das Fahren so toll ist, wir haben 160 PS. Das heißt, man kommt gut von der Stelle. Man kann auch mal einen Überholvorgang auf der Autobahn erfolgreich abschließen, ohne Schweißperlen auf der Stirn zu haben. Und auf dem Lenkrad, vor dem Lenkrad zu hüpfen und zu denken, schaffe ich den, schaffe ich den. Ja, das geht schon ganz gut mit 160 PS. Es ist alles sehr funktional und selbstlernt, hätte ich beinahe gesagt, wenn ich ein Telefon, ein iPhone oder sowas anbieten wollte. Aber bei einem Auto, das sind halt eben gelernte Gesten. Du weißt, wo ist deine Schaltung, wo ist dein Blinker, wo ist all das. Wir haben ein wunderschönes Navigationssystem mit Radio und Multimedia. Rückfahrkamera, auch nicht ganz unwichtig. Wenn man mit einem 6,99 Meter langen Auto rückwärts fährt, ist es immer ganz schön zu sehen, was hinten passiert. Und ja, wenn man steht, dann hat man eben auch hier diese schönen Jalousien rundherum. Das heißt, wir können es hier auch schön abdunkeln. Das ganze Auto kannst du echt schön dunkel machen. Und ja, es macht Spaß zu fahren. Ich meine, gut, wir sind jetzt hier im Sauerland unterwegs. Rechts ist der See, links sind die Berge, oben ist die Sonne. Da macht das einfach Spaß, mit einem Camper unterwegs zu sein. Und ja, wenn du so ein Auto noch dabei hast, mit tollen Ledersitzen, schöne Armlehnen. Hier habe ich auch noch eine auf der Seite. Also du sitzt hier quasi wie im gemütlichen Fernsehsessel und lässt die Schönheiten des Sauerlandes oder die Schönheiten Deutschlands, Europas, wo auch immer ihr unterwegs seid, an euch vorbeiziehen. Mir macht das Spaß, in diesem Auto unterwegs zu sein. So, wir hoffen, wir konnten euch das Fahrzeug in dem Video ein bisschen vorstellen. Ihr habt den gleichen positiven Eindruck gewonnen wie wir. Zu Beginn des Videos habe ich ja gesagt, das ist die Harmony Line. Es ist Luxus auf Rädern oder kleiner Luxus auf Rädern. Ich glaube, das Video hat das bestätigt. Also wir sitzen hier jetzt an der gedeckten Kaffeetafel und sind heilfroh, dieses Auto kennengelernt zu haben. Absolut. Also Börstner sagt ja auf der Website, es geht ihnen um Wohnfühlen. Und das ist eigentlich auch das Fazit, was ich ziehen möchte. Als ich hier reingekommen bin, war mein erster Eindruck, wow. Einfach weil so viele Details da sind. Ich finde, das Reisen mit einem Wohnmobil, das ist was ganz Tolles. Und es muss nicht nur praktisch sein, es kann auch zum Wohlfühlen sein. Denn umso mehr macht der Urlaub Spaß und das erfüllt dieses Wohnmobil auf jeden Fall. Man fühlt sich extrem wohl bei so schönen, vielen Details, die besonders auch Frauen gefallen, dabei sind. Aber auch eine große Garage. Also wir Männer haben auch Spaß da dran und nicht nur in der Garage. Auf jeden Fall. Wenn man wollte, könnte man da unten auch eine Bohrmaschine und alles anbauen und dann auf dem Campingplatz anfangen, Sachen zu basteln und so. Aber ja, mein Fazit ist dasselbe im Grunde. Das Design ist atemberaubend, genial. Die indirekte Beleuchtung gefällt mir besonders gut. Aber was mir auch gut gefällt, diese Durchdachtheit. Also es wird kein Platz verschwendet. Es gibt Bodenklappen, es gibt große Staufächer. Hier selbst in der Wand sind viele Fächer eingelassen. Und das ist so eine Liebe zum Detail, die ich heute gesehen habe, wo man wirklich alles unterbringen kann, was man für so einen Urlaub braucht. Und das finde ich wirklich richtig toll an diesem Fahrzeug. Definitiv. Harmony Line heißt auch harmonische Farben. Also es ist alles in so einem braunen Ocker beige gehalten. Also genau unsere Welt, wie wir uns gerne auch privat einrichten. Und von daher, ja, wir könnten jetzt so losdüsen und könnten jetzt so den nächsten Campingplatz ansteuern. Zum einen müssten wir unser viertes D, unseren zweiten Sohn noch einladen. Zum anderen sind gerade keine Ferien und von daher vertagen wir das Ganze. Aber wir wissen ja, wo wir dieses Fahrzeug und ähnliche Fahrzeuge in Meschede bekommen, bei HSK Wohnmobile. Und ja, da danken wir an der Stelle nochmal herzlich, dass wir auch dieses Fahrzeug wieder für das Video zur Verfügung gestellt bekommen haben. Werden es jetzt gleich unversehrt wieder zurück auf den Hof bringen. Und ich glaube, der Nächste, der das jetzt mieten darf, der freut sich schon Löcher im Bauch. Aber wir waren die Ersten, die es fahren durften. Und da freuen wir uns sehr drüber. Genau, ja, wenn ihr Lust habt und mehr wissen wollt, was die nächsten Videos sind und was wir so vorhaben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Gianluca war so nett, uns eine tolle Homepage zu machen, eine Website. Genau, glücksmomente.de, da könnt ihr mal drauf gucken. Da sind die letzten vier oder sechs Videos. Immer die letzten drei und die restlichen sind verlinkt mit unserem YouTube-Kanal. Glücksmomente vergesst nicht mit U, E und X, X. Genau das und ja, Blogbeiträge sind da über besondere Ziele, die wir schon angesteuert haben, auch über das Sauerland ein bisschen. Und da kommt immer noch ein bisschen mehr dazu. Also von daher geht gerne mal auf die Website. Von da aus findet ihr auch unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, was haben wir noch, Pinterest und naja, ihr werdet sehen. Genau, ja, das war das Video heute zum Museo TD 690 G Harmony Line, die Harmony Line, die hat es mir angetan. Ja, das stimmt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und das nächste Video ist bereits in Arbeit. Wir haben es ja im Kastenwagen-Video schon mal gesagt. Wir haben, wir haben Argos, genau. Ja, ich bin so im Harmony Line Modus gerade angekommen. Genau, der Argos, das ist dann eben nicht Luxus auf Rädern, das ist der Palast auf Rädern. Freut euch drauf im nächsten Video. Und was er alles im Kasten hat, das zeigen wir euch in diesem Video. Hallo? Ja, losfahren müsstest du nur noch. Achso. Ihr windert euch. Ich windere mich auch. Ohne jetzt die Schränke voll machen zu müssen, mit Schuhen zum Beispiel. Und jetzt, nein, lass an bitte.